Schon gut, geh nur. Papa wollte irgendwas von dir. Ah, hi, Armchen. Wie gefällt es dir? Gleich den höchsten Ansprüchen. Was hältst du von dieser Werkbank? Alles in Griffweite und trotzdem noch so viel Platz. Das meiste von dem, was ihr draußen gefunden habt, ist in diese Werkstatt eingeflossen. Also vielen Dank dafür. Das müssen wir auch weiterhin so machen. Offenbar haben wir eine lange Reise vor uns. Nützliches wie Mission und Ausrüstung wächst nicht auf Bäumen. Und je weiter wir uns von Moskau entfernen, desto schwieriger wird es vermutlich, die Sachen zu besorgen. Also, denk immer dran, alle Materialien einzusammeln, die du finden kannst. Es gibt so viel zu tun. Ich weiß noch nicht, wo ich an den Anzügen arbeiten würde, aber das wird sich bald zeigen. Es wird höchste Zeit, dass wir unsere Uniformen reparieren. Ein paar unserer Leute sehen bereits ziemlich zonummt aus. Dukes Schutzweste trägt den Rückenschutz nicht mehr. Dann mitzelt er, dass es zum Glück nicht der Brustschutz ist, sonst wären seine Zähne in Gefahr. Wie auch immer, ich werde die kleine Bande wieder zu einer echten Armee machen. Raucherpause, das ist gut. Ganz schön stark. Verdammt. Ist die stark? Naja, aber nicht so stark für uns. Also, ihr seid schon die richtigen Typen. Du, der Oberst, Duke. Dieser Typ hat in der Brücke Großes geleistet. Und jetzt prallt er damit wie ein Kind. Er ist wirklich ein Kind, aber er ist gut. Ja, was wollte ich gerade sagen? Danke. Ihr habt mich akzeptiert und ich, ich bin ein einfacher Mann. Ich werde die Schuld begleichen. Wie gefällt's dir hier so nach den Tunneln? Freiheit, hm? Gut, das reicht. Genug angegeben. Ich werde nicht weiter deine Zeit machen. Der Oberst hat dich zu sich, aber auch. Artyom, komm rein und setz dich. Stefan will uns etwas vorspielen. Und Artyom, bereit für eine Jam Session? Na los, schnapp dir die Gitarre. Danke, Stefan. Tut mir leid, wenn es Fragen hat, ja, aber... Nastjas Vater, er ist tot, oder? Weiß Nastja das? Ja, ist er. Ich wollte es vor ihr verbergen und sagte, er sei zum Markt gegangen. Etwa drei Tage verging und ich behielt es für mich. Ich saß da mit einer Nadel in der Hand und konnte nichts sehen. Mir wurde schwarz vor Augen. Dann schlich sie sich zu mir und sagte, du musst weinen, Mama. Dann fühlst du dich besser. Senja hat es immer gesagt. Also weinte und weinte ich. Sie weiß es. Sie weiß alles. Es tut mir leid, Katja. Es tut mir so leid. Ich erzähle dir mal, wie wir zufällig sind. Hör endlich auf damit! Früher haben wir noch mal... Artyom, der Oberst wartet im Führerstand auf dich. Was stimmt denn nicht mit deiner Schutzweste? Tokare, versauern. Ach, eine lange Geschichte. Komm schon, raus damit. Na ja, da sitze ich also auf einem Stahlträger und beobachte Artyom, wie er unten herumläuft. Komm her, Artyom. Hör zu! Ich habe mit der Artyom gesprochen. Und zwar dank Tokarev. Er hat den Decoder ans Laufen gebraucht. Artyom, bitte kommen. Bitte kommen, Artyom. Ende. Artyom hier, identifizieren Sie sich. Ende. Hier spricht Oberst, was uns nach drei hinkommt. Kommandant einer Sonder-Einsatztruppe. Wir haben Ihr Signal empfangen und sind unterwegs zu Ihnen. Haben Sie verstanden? Ende. Ja, ja, ich höre, was die Lausung sollte. Mit wem spreche ich? Wie kann ich Sie aussprechen? Stellvertretender Leiter der Kommunikationsabteilung, Major Ivano. Einen Moment. Oh ja, Herr Major. Natürlich müssen Sie eine Überprüfung durchführen. Also gut, Oberst, äh, Melikoff. Einfach großartig. Ich entschuldige mich für den Mangel an Vertrauen, aber wie Sie wissen, ist die Situation ernst und der Feind kann jederzeit zuschlagen. Das verstehe ich, Herr Major. Und ich hoffe, Sie können der Führung mitteilen, dass meine Leute sehr pflichtbewusst sind und Ihnen bei unserer Ankunft voll und ganz zu Diensten stehen werden. Ende. Vielen Dank für die guten Nachrichten. Wie viel man umfasst Ihre Streitkraft, Thomas? Ich habe einen Trupp der besten Agenten, die unsere Spezialeinheiten zu bieten haben. Einen Trupp? Ah, ich verstehe. Nun, das ist gut. Sehr gut. Ja, wir sind keine große Streitkraft. Aber wir überbringen eine extrem wichtige Nachricht. Wir kommen auf Sektor K6 Alpha zu Ihnen. Haben Sie Informationen über Feinde, auf die wir unterwegs treffen könnten? Ende. Einen Moment bitte ich schon mal nach. K6 Alpha, sagen Sie. Soweit ich das sehen kann, sind keine Feindbegegnungen aus dieser Gegend gemeldet. Ich muss unser Gespräch jetzt leider beenden, aber seien Sie versichert, dass Sie Ihre Ankunft erwarten. Ich bitte sofort berichterstatten und der Verteidigungsminister wird Sie sicher gern empfangen. Das ist eine große Ehre. Vielen Dank. Ein paar Worte aber noch. Wie ist die allgemeine Lage bei Ihnen, Herr Ryor? Bitte. Herr Obers, Sie werden verstehen, dass diese Information gehalten ist. Aber ich verstehe auch, dass Sie... Für uns geht es gut, keine Sorge. Nun, wir sehen uns in der Arche. Ende und aus. Ich diene dem Volk. Ende und aus. Verstehst du jetzt, du ungraubiger Thomas? Meine Hände zittern vor Aufregung. Der Minister höchstpersönlich. Das ist unglaublich. Übrigens, Archer, du solltest dir mal die Karte anziehen. Wie du siehst, fahren wir fast geradewegs auf den Yamantau-Komplex zu. Katja und Krest haben gesagt, dass die Strecke dort in einem brauchbaren Zustand ist. Wirklich überraschend, wenn man die Menge der wichtigen Ziele dort berücksichtigt. Also können wir hoffen, von jetzt an gut voranzukommen. Direkt bis zum Ziel. Wir nähern uns dem Yamantau-Bunker, dem letzten Ziel unserer langen Reise. Der direkte Funkkontakt mit dem Bunker hat Millers Unmut über das Zerstören unseres bisherigen Lebens vollends zerstreut. Er wartet jetzt begierig auf das Treffen mit dem Verteidigungsminister, das ihm versprochen wurde. Vermutlich ist einem Karriereoffizier so etwas wichtig. Die Leute sind jedoch weniger interessiert. Sie stellen wichtige Fragen. Wo sind die Besatzungstruppen? Warum treffen wir nur auf Wildnis und wild gewordene Menschen? Was hält die Regierung davon ab, das Land wieder aufzubauen? Was wurde in den letzten 20 Jahren bereits unternommen? Miller glaubt, dass wir auf alles Antworten bekommen werden. Er wird begnadigt, Anna und ich auch. Und dann kehren wir alle nach Hause zurück. In die Metro. Was ist da vor uns los? Ende. Alles ist verlassen, aber die Bahnstrecke ist in Ordnung. Ende. Verstanden. Fahrt nicht zu schnell und passt auf die Strahlung auf. Ende. Verstanden. Ich kann es noch nicht glauben. Wir sind da. Glaubst du es? Wir sind endlich da. Das war unser Ziel. Nicht nur seit Wochen oder Monaten, sondern seit 20 Jahren. Mein ganzes Leben. Und es war nicht umsonst. Jetzt kann ich es mit Sicherheit sagen. Guck mal, Mama. Hier sollen wir jetzt flogen? Ich weiß nicht. Warum? Es gefällt mir hier nicht. Es ist unheimlich. Psst. Sag das nicht. Genosser Obersten, hier draußen wird es ziemlich heiß. Alle Mann Masken aufsetzen. Passagiere eingehen und gut zuknippen. Ja, natürlich. Komm, Master. Planänderung. Ab hier nehmen wir die Motortreisine. Wartet auf Artyom und mich. Was ist mit mir? Du hast schon so lange davon geträumt, hierher zu kommen. Und jetzt willst du mich zurücklassen? Bin ich deine Tochter oder nicht? Also gut, komm mit. Sonst nimmt das ja nie ein Ende. Eine kluge Entscheidung. Jelmak, halte die locker. Bringt die Aurora zurück in die sichere Zone und bleibt dort. Waffen wir sofort. Stefan, du übernimmst die Führung, solange ich weg bin. Jawohl. Sehr gut. Auf geht's. Herr Blatt, hier ist einiges runtergekommen. Schlimmer als im Moster. Ja, sieht so aus. Siehst du diesen Krater? Ich frage mich, wie hoch die Sprengkratzer sind. Sieht mir nach einer Hunderter aus. Ein Glück. Ihr habt doch auf 300er und 500er eingesetzt. Tja, aber hier scheint doch eine Hunderter gereicht zu haben. Sieht ihr all diese Autos an? Ach, Ation hatte recht. Die Leute sind aus dem ganzen Land hierher gekommen. Jawohl wahr. Aber niemand ist aus Moskau gekommen. Bis jetzt. So viel vergeudete Zeit. Das gleichen wir jetzt wieder aus. Tja, wir sind fast da. Das ist kein guter Ort. Wir hätten wirklich nicht hierher kommen sollen. Wo ist jetzt mein Begrüßungskomitee mit dem roten Teppich? Das verstehe ich nicht. Seht ihr? Keiner zu Hause. Wie wäre es, wenn wir umkehren? Da. Identifizieren Sie sich. Oberst Miller. Mit einer Meldung für den Verteidigungsminister. Und wo sind Ihre Leute, Herr Oberst? Im Zug. Draußen ist es gefährlich. Kontaktieren Sie sich und sagen Sie ihnen, dass Sie den Zug zur Bekontaminierung in die Hauptluftschleuse bringen sollen. Willkommen in der Arche, Herr Oberst. Fahren Sie durch den Tunnel und nehmen Sie dann den Aufzug. Drinnen wird man Sie in der Pfand nehmen. Sieht ihr? Wir werden erwarten. Ich fahre nie wie ein roter Gott. Aber das ist echt Angst.